Hi Leute, ich komm schon mal einfach auf meinem Kanal. Äh... So, wenn ich keine Wiesnflüster will, wirst du, dass ich davon ein Jahr machen möchte? Mhm. Ich hab heute erst, das macht zwei Stufen, glaube ich. Also die und dann haben wir zwei. Dann mach ich den ersten, ähm... ausgewachsen. Dann lass mich nach drei ausgewachsen machen, dann krieg ich... Oh... Ich saße schon zwei Mühlen, so. Äh... Äh... Kannst du auch ein Hund? Und ja, mal gucken, dann ist der Hund, dass ich die Mühlen hab. Ähm, ich werde schon wieder von aufeinander behalten. Und ich werde auch mit diesem Kerl spielen. Und ich bin jetzt 17.500. Im Moment habe ich 2.000 Euro, aber ich werde wirklich durchspielen. Damit ich... Damit ich... Damit ich... 50 Boxen kaufen. Oder nur 25. Dann könnten wir auch noch ein paar fossile X kaufen. Und dann mal gucken, ob ich die... behalte. Bis neue X-Bahn kommen und ich die dann trail, oder halte was anderes. Ich will mal gucken... Und ja. Ich hab auch hier... Ich... Ich mach jetzt immer, wenn ich... 1000 Cash mehr hab. Außer nachts so mache ich das hin. Weil ich hier mal... kurz... den Zellen wieder gestand. Das war alles okay. Also... Bis später. Bis später. Dann zum nächsten Mal. Vielen Dank.